Mahlzeit, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die in der Alpha 18. Endlich ist es soweit. Hi Minjas. Guten Tag. Zweite Folge. Genau. Landclaim-Block sitzt. Wir haben es endlich geschafft, uns richtig zu befreunden. Ja, ich habe einen Schatz gewohnt. Und, und, und. Oh, eine Gasmaske drin. So, wollen wir mal checken, wo hier dieser Außenbereich, dass wir die Basis-Ionen verteidigen können. Weil dann könnten wir zum Beispiel hier den Boden ersetzen durch Wood-Bars. Weißt du, dass wir hier rumgehen? Oh, was zur Hölle war das denn? Weißt du, wenn wir hier den... Was hast denn du gefunden? Du siehst ja cool aus. Weißt du, was ich meine? Wir könnten hier den Boden raus tackern. Tacker. Ja, das war ein Soweit, dass wir hier anfangen. Dann müssten wir eigentlich, wenn wir hier sind und hier einen Wood-Bar reinsetzen, müsste eigentlich hier drunter der, direkt dieser Boden sein. Ja, guck. Kannst du in die Richtung schießen. Wenn wir jetzt praktisch eine Linie machen, dann können wir in beide Richtungen rausballern. Dann besorge ich jetzt mal Holz. Wollte ich gerade sagen, lass uns erstmal ein bisschen Material holen. Genau. Hier ist ein riesen Baum vor der Tür. Ich überlege gerade, wo ich meinen ersten Punkt reinknalle. Ach, wir haben ja Punkte. Richtig. Also einen habe ich bisher. Ne, fünf musst du haben. Was? Wenn du deine Quest abgeschlossen hast, hast du fünf. Ne, habe ich ja nicht. Was hast du denn? Die Händlerquest ist ja die Finale. Genau, die habe ich jetzt. Was hast du denn noch nicht gemacht? Die hast du fertig? Nein, die Händlerquest steht noch aus. Die ist 2,3 Kilometer entfernt. Aber nein, nein, die Finale, wenn du die Händlerquest hast, Journey to the Settlement, dann hast du fünf Punkte. Kleine Steine sammeln. Das wird mir gerade. Warte. Ah, okay. Soll ich dir welche geben? Nö. Ich hake sie eben weg. Okay. Weil dann hast du fünf Punkte. Okay, Campfire, alles klar. Zack. Zack, zack, zack. So. Ja, geiler Scheiß. Genau, weil ich hätte jetzt zum Beispiel, auf was ich auf jeden Fall gehen will, ist natürlich hier Tragen, ne? Also, damit das Inventar nicht so voll ist. Ja, und der Widermaster Lucky Looter ist gut. Und der Healing Faktor, das ist auch wichtig. T-Rex. Pac-Mule. Und kochen. Ich mache auf jeden Fall kochen. Okay, super. Jetzt habe ich aber noch einen Punkt. Also, ich habe jetzt den Masterchef, den Pac-Mule, den T-Rex. Mhm. Und ich gehe noch auf den Mother of Load, um einfach mehr zu kriegen. Ja. Jetzt bin ich durch. Die Bäume fallen so instant um. Ja, ja. Krass, ne? Krups. Krups, der fällt einfach so. Ob das noch ein Ding von der 18.1 ist? Ich haue hier nochmal einen Baumstumpf um. Wo machen wir unsere Basis hin? Also, wo machen wir denn Werkbänke? Machen wir einen Keller, oder? Könnte sinnvoll sein, ja. Ja, der Keller ist aber nicht Bedrock, ne? Ich weiß nicht, ob das... Ja gut, aber wir wollen ja nicht super safe sein. Oder wir machen da oben im Dach von der Bar, da ist ja auch noch Platz. Ja. Dass wir es oben ins Dach setzen, weil da gibt es ja wie so eine, wo du eben drin warst. Das ist ja wie so eine... Das ist ein bisschen ausbauen, ne? Genau. Das ist doch ganz schön. Dann ist es nicht so super safe. Ja. So, ich mache jetzt mal Bars, dass wir da praktisch... Ah, fuck. Okay. Dass wir da runterballern können. Guck mal, ich habe das für dich. Du siehst so geil aus mit dem Helm. Ja. Alter, siehst du gut aus. Der Helm sieht ja Hammer aus. Hast du den schon gesehen? Ja. Danke. Der Helm sieht ja im Menü gerade, ja. Schick, schau da aus. Der sieht aus wie Mad Max. Hast du Meiner und X-Niner geskillt, zufällig? Nein. Dann würden wir nämlich Level-2-Exte kriegen. Ich habe immer das Gefühl, dass er besser, wenn du da falsch stehst, flitscht er dich erst mal nach oben. Ja. Das hat ja ein LED. Nee, LED brauchen wir aber nicht. Reisen wäre schön. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen noch Ressourcensteine sein. Ich muss mal kurz hier vorne gucken, was das für ein Gebäude ist. Ah, du meinst, da drüben wäre besser? Diese Stein-Dings da. Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe es gerade. Ich meine, mit der Mine ist super. Vielleicht benutzen wir das aber auch nur als Mine. Du meinst, dass wir gar nicht ins Gebäude gehen? Wobei ich das ja ganz cool fand eigentlich. Ja, das ist schon cool. Gibt es hier keine Aufwand? Das ist ein Quest-Gebäude. Gut, das ist unsere Mine auch gewesen, aber... Das ist der Zoe. Ah, okay. Hier sind wir angekommen. Oh, äh, was habe ich denn hier? Lucky Looter Volume 1. Ja, ist doch super. Doch genial. If you know where to look, you can find money to just lying around. Man findet mehr... Also, ich finde jetzt mehr Dingsbums. Okay, Briefkästen sind der heiße Scheiß. Merken wir uns. Ja, aber Zoe... Der ist halt aus Stein, ne? Wie viel hat das? Zweieinhalb. Eins, zwei an der Seite. Also, ich hätte lieber die Basis, die ist kleiner drüben. Weißt du, die Grundfläche ist drüben kleiner. Ja. Dann lass drüben bleiben. Hätte ich auch gesagt. Also müssen wir mal was Besonderes vom Haus. Mhm. Was ist da? Hier müssen wir auch noch rein. Loading. Jetzt lädt noch das Gebäude. Oh, Zombie am Boden. Ich finde, die klingen immer so ein bisschen wie ein Alligator. Oder? Wie, die Krabbler? Ja, ab zu der Zombie knurrt wie so ein Alligator. Genau, so klingt das. Wir sollten aber auch um das Gebäude rum. Müssen wir gucken, dass wir frei machen. Weißt du, dass die Zombies da... Was sind das hier eigentlich nebendran? Ach, ein Schuttcontainer. Ja, oben siehst du die Rampe, da rutscht es dann raus. Was sind das eigentlich für Balken? Das ist doch kein Block, oder? An der Seite. Was dieses Gebäude hier hält. Ach, doch. Ja, das ist also theoretisch, kann man das ganze Holz hier abreißen. Ja, aber dann fällt doch das an der Seite runter, oder nicht? Ja, dass wir nur den Kern in der Mitte haben hier. Hm. Ich hätte jetzt halt gesagt, man nutzt es, wie ich da vorne gesagt habe, hier in dem Loch, dass man hier praktisch durchballert. Ja. Dann kann man den Kern beschützen und den Außenbereich. Also die Zombies werden eh irgendwann hier auf die Pfeiler gehen und das versuchen anzustürzen. Anstürzen zu lassen. Ja, aber der Überhang müsste eigentlich gehen. Das sind ja gerade mal vier Blöcke nach außen, weißt du? Das heißt, selbst wenn die Blöcke fehlen, wenn wir hier das Zentrum verstärken. Oh. Hät ihr auch die Axt kaputt? Nee. Ich habe übrigens Honig gefunden, also voll das einer von uns. Wenn infektiös wird. So, dann machen wir hier noch die Wand weg. Ich schau mal den Baum eben. Ja, aber wir sagen, looten gehen. Erstmal. Wir haben ja noch Zeit bis heute. Aber looten wäre unfassbar wichtig. Ja, dann machen wir jetzt mal jetzt eine Küste. Was? Upgraden? Upgraden gibt viele EP. Ja, ich hätte... Die sollen jetzt hier auf jeden Fall auf die nächste Stufe gebracht. Was kriegst du von einem Block, wenn ein Upgrade ist? Moment, ich gucke. Äh, müssten 60 sein. Ja, das ist schon ordentlich. Ich gucke nochmal. Ich hacke jetzt erstmal was kaputt. Wow. Und warte mal, dass da unten der Marker rausläuft. Okay, jetzt kann ich. 60, ja. Geil. 60, geil. Also ich werde mir jetzt die ganzen Säulen upgraden. Ja, einfach nur am Level zu kriegen. Mir geht hier nichts. Wieso? Hallo? Hier ist irgendwie als wäre da an den Eckpunkten, ne? Ja, ich kann hier nichts upgraden. Hä? Stimmt. Manche lassen sich nicht. Da sind aber, glaube ich, da sitzen Balken davor. Da sitzt so ein Außenbalken davor, dieser schmale an der Ecke. Ja. Den hacke ich jetzt mal weg und probiere es mal aus. Nee, ich komme immer noch nicht dran. Was ist denn das? Heckt da irgendwas anderes ab? Kann natürlich auch noch ein Buggy sein, ne? Wollen wir die Kreuze rausnehmen? Vielleicht ist ja das das Problem. Nehmen wir so ein Kreuz hier raus. Ich glaube, es bringt das jetzt aber auch nicht beim Leveln. Nee, du willst so, um stumpf zu lämpeln, die Dings abzucraden, ist, glaube ich, eh nicht sinnvoll, aber... Komm, wir können doch mal den Junk hier auseinandernehmen. Moment. Ach, nee, warte mal, da unten ist ja die Kiste. Ich habe so einen Lockpick. Ich gucke mal, ob ich die Kiste aufkriege. Jo. Ich weiß nicht, wenn man so ein Ding benutzt. Wir haben 1000, das Junk-Ding. Steht denn da, was? Wir locken mit den Inventory, die... Holding E. Okay. Picklock. 15 Sekunden, alles klar. Ich möchte vermuten, dass unter dem Schutt hier auch noch was liegt. Unter dem großen Container mal? Nee, hier unten im Loch. Mein Lockpick ist kaputt, okay. Versuchen wir es nochmal. Ich will den Kiste öffnen. Ach, da oben nicht ein Ammo-Pile. Au, jetzt ist es offen. Yay, und... Halleluja. Was hast du gefunden? Ammo-Pile. Ich habe gefunden Power-Tool-Small-Tank-Mod. Was auch immer das ist. Ein Hunting-Knife. 34 Schuss. Ein Hunting-Rifle. Storage-Pocket-Mod. Iron-Chest-Armor. Ja. Ich... Guck mal eben, ob ich das Ding einbauen kann. Ich kann es einbauen. Ist das gut? Okay. Anziehen. Ah, ja. Schon ein bisschen mal zum Ballern. Das ist doch geil. Nein, da ist der Ballkunde. Gucke mal. Hat der Papa recht gehabt. Unter dem Schub ist noch was. Hast du was gefunden? Ja, hier war noch eine Hidden Stash-Kiste. Und... Ja, so geht's. Ich hab mal gerade Probeweise hier aufgeräumt. Das geht. Okay. Ist hier unten nicht noch was? Ja, ich würde sagen, dann machen wir uns eine Kiste. Wir setzen die Kiste hin und looten hier mal durch. Oder? Ich komm mal eben erstmal wieder hoch. Ja. Hier haben wir auch Licht hier hinten. Also ich würde sagen, wir machen das hier hinten. Irgendwo. Oder in der oberen Bereich ist da auch Licht. Da sind Fenster. Bist du da eben von denen hochgegangen, oder? Wo du diesen hinten Stash gefunden hast. Habe ich mich hochgeframed, ja. Naja, wenn wir das aber ausbauen wollen, wird es schwierig. Da oben? Noch machbar ist es. Guck mal hier vorne. Ich hab hier mal Probeweise Bars reingesetzt, so wie ich das meinte. Guck. Jetzt siehst du hier innen die Innenwand. Und siehst hier außen die Pfeiler. Also wenn wir praktisch das in dieser Doppelreihe aufschlagen. Wollen wir hier erstmal eine Kiste hinsetzen irgendwo? Äh, ja. Setz euch auf der Ding. Oder an die Wand dran oder so. Ist ja egal. Können wir nochmal wegmachen, Mann. Ja, klar. Also was ist das? Braucht du es mal was drin hast? Naja, die schwebt da. Da sind wir zu unsicher. Wie geil ist das denn? Increases Tank Size um 50% für Kettensägen und Orga. Und dann kannst du mir Benzin reinpacken. Ich hab aufgemacht die Kiste. Ich müll jetzt mal den Kram rein, den ich erstmal nicht brauch. Ja, müll ich rein. Müll ich rein. Fangen wir wieder an wie vorher auch. Ja, was für mich zu töten, bist du einfach, levelst du einfach schneller. Die Ranch nehme ich mit. Definitiv, ja. Ich hab einen Claw Hammer zum später aufwerten und so ein Kram hier. Oh, ein Werkbank, ja. Cool. Ja gut, machen wir später weiter. Dann lege ich erstmal die Bars hier rein, die ich schon hergestellt hab. Ja. Dann kannst du dein Kram da reinlegen. Äh, das nehm ich mit. Iron Crossbow Balls. Kann ich leider noch nicht kaufen. Du hast deinen Schlafsack draußen, oder? Ja, ja. Hast du ihn draußen. Dass du den gleich reinholst. Coolio. Gut, dann... Müssen wir den Junkyard durchforsten. Genau. Gehen wir mal zum Nachbarn und gucken. Ah, da gibt's auf jeden Fall Bauhaus. Meinst du? Ja, ja. Bestimmt. Guck mal, dann guckt schon ne böse Spitze durch. Zwei Kilometer, der Trader, ey. Das ist so übel, oder? Die Entfernung. So, ich hab, äh, perfekte Hundespielzeug hier. Du hast ne Schrotze dabei. Ja. Glaub ich ja nicht. Hallo. Aufhören, ihr Hundis. Noch sehe ich keinen. Ne, ich hab ein Beaker. Ach, ne, ist ein Glas. Ich finde, so ein Glas sieht immer aus wie ein Beaker. Wobei, ein Beaker kann man ja mittlerweile herstellen, ne? Ehrlich? Ja. Hm, 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 hm. Oh. Ah. Jetzt. Oh. Guten Tag. Hier sie kommen. Ah, die Fässer nimmt man nicht mehr auf, sondern man lutet aus den Fässern, äh, Kanister. Das wusste ich auch noch nicht. Aua, aua. Och, nö. Oh Gott, er wird schnell. Jetzt auch umgefallen. Boah, den Sperr wieder aufzunehmen ist echt ne Qual. Oh, ich regle doch mal im schnell. Tief, aber mehr als er nehmt. Hat der Bein auf einmal rausgehauen, ne? Und Sperr wieder. Danke. So, letzter Schuss ist mein Hund. Boah, der. Oh. Der steckt dir mal schön in deinem Fuß. Hast du den Rensch mitgenommen? Ja. Dann nimm doch mal diesen Wagenheber bitte auseinander. Ja, Moment. Damals war es so, dass es gab Stahl. Oh. Jetzt gibt der jetzt einen richtigen Schraubgeräusch. Geil, ne? Ja, hab ich, hat gepasst. Da ist jetzt Forged Steel rausgekommen. Forged Iron. Ja, sehr gut. Dann kann ich ja die Autos mal auseinandernehmen. Mal gucken, was da bei rumkommt. Forged Iron wäre super, da können wir Eisensperre machen. Nee, 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 ich hab nen Kochtopf. Und ich habe Rap Knuckles. Rap Knuckles, also so Schlagringe. Nee, Knuckle Wraps. Ah ja. Schlagringe, oder? Ja, so Leder-Fäustlinge. Ah, okay. Es gibt nämlich noch Schlagringe. Gibt's auch noch. Ja, übrigens du hast wie... Pulle. Hier ist er dringend dabei? Nee. Säre Gläser. Ich hab ne Treasure Map. Das sind ja meine Lieblings-Maps, äh, Quests nicht. Nee, ne? Das ist ja total... Also, dass man die Fässer jetzt lootet. Na, schläfst du ein? Ja, die... Das war jetzt bezogen auf die... Ach so, ja. Ja, verstehe. Also, ganz am Anfang, wenn du noch nichts kannst, pullest du dir entdoben. Äh, das macht absolut keinen Sinn. Müsste eigentlich jedes Mal hier so'n... ...Wood Frame mal hinklatschen. Ich geh mal an der Seite rein hier. Ja. Kochtopf. Hab' ich gefunden. Sehr nice. Ja, wir brauchen... Wie viel, äh, Forged Iron hast du inzwischen? Äh... Forged Iron 2. Okay, wir brauchen 24 für einen sehr, sehr guten Speer. Ja, dann ist es ja fast fertig. Genau. So, hier sitzen... Da liegt schon mal ein Zombie, zwei Zombies. Hier ist eine Werkbank. Nein. Gegenüber. Hier? Hier drin. Yay. Das ist ja ein glücklicher Zufall. Na, wohl sein. Danke. Das heißt, wir können den nächsten Punkt in Grease Monkey machen und dann, ähm... ...machen wir uns ein Fahrrad. So, ich schau mal, ob ich hier die Munde da hinten treffe. Was ist das? Haha, natürlich nicht. Ey, komm, ich schieße an den Kopf. Nicht... Lass, schade die Munition. Nee. Guck mal, was hier noch los ist. Halt die Schuss. Hilfe! Pass auf, hinter dir. Blöden Kuh! Oh Mann, ey. Aua, aua, ich muss hier raus. Aua, aua. Au. Gerettet. Oh. Das war... Mann. Lichter? Ja. Oh, ein Knüppel. Ein Dix-Knüppel. Guck mal, hier liegt noch ein Wagenheber. Ein Reinforced Club. Warte, den nehme ich auseinander. Scrub. Ach, das soll ein Wagenheber sein. Das sieht wieder aus für mich wie ein Differenzial. Also ich glaube zumindest, dass es ein Wagenheber ist. Oh, kann sagen, ich weiß nicht. I believe it. Oh, hier geht's aufs Dach. Ach, okay. Was hab ich hier gefunden? Urban Combat. Military Stulse Boots. Äh, ich hab hier irgendwo aufbeweckt. Da grunzt einer wie ein Schweinchen. Oh, hier. Ob ich mal so ein Dumpster auseinandernehme? Meinst du, der bringt irgendwie... Waffeln zu nehmen? Den Dumpster, also diese Mülltonnen. Rennst du draußen rum gerade? Nein. Oh. Äh. Irgendwas war da gerade ziemlich schnell unterwegs. Meinst du, so eine Hundehorde ist draußen? Nee. Ah, die waren geil, ne? Hundehorden. Scheide, dass die nicht mehr gibt. Aber eine Werkbank hier drin ist natürlich noch ziemlich nice. Ja, ja. Hundehorden, ich meine immer zum... Ich bin irgendwie oben. Ich komme mal irgendwie hoch. Das Dach und jetzt... Frag mich nicht. Ja, ich sehe dich. Genau wie das lief, aber ich bin irgendwie... Dann bist du hier die Treppe wieder runter, ne? Ja, genau. Genau so sieht es aus. I help you. Dankeschön. Was kommt denn hier? Hier ist jemand drin, right? Ah ja. Guten Tag. Oh, das war aber... Durchschlangenes Ergebnis. Ich kriege ab und zu auf die Finger, wenn er durchgreift durch die Tür. Schneid dich nicht an der rostigen Tür rum, die Kleiner Zubee. Oh. Sehr gut. Ich habe noch eine Ranch für dich. Tresoros Grandos. Hier. Für dich eine Ranch. Da. Danke. Lass den ja mal mit, oder? Hier von den... Habe ich den Lockpixi? Ja, habe ich hier. Hast du einen Tresor gefunden? Ja. Probieren wir mal, ob wir den aufkriegen. Ich glaube nicht. Was heißt das? Was heißt nee? Das hat nicht geklappt. Jetzt. Und? Warte. Was hast du gefunden? Na, der Pinn in der Karte. Das ist ja wohl klar. Du oller Cheater. Guck mal hier. Aber hier, das ist für dich. Oh, geil. Das magst du doch. Ja, das mag ich. Den Bogen finde ich super. Jetzt körper ich mir den Sledge. Ja, da bin ich so ein bisschen langsam mit. Aber wir können mal probieren. Was der Wind wegdrückt, wenn du den hebst. Ja. Ja, ich muss sagen, ich finde den Speer immer noch mit am geilsten. Wenn du damit triffst, dann gibt es noch so einen Britzelknüppel. Ja, der, die Zombie-Stunt, ja. Ja, ja, das ist auch super. Und in Kombination mit dem Geschütz und dem Speer, hast du richtig Spaß. Ich glaube, wir sollten mal Kram zu Hause ablegen. Ich bin so massiv überladen. Massivst. Ich laufe mal kurz rüber, das ist ja direkt gegenüber. Das ist ja... Ja, ja. Dann können wir mal das Häuschen angucken hier. Oh, das können wir dann auch in der nächsten Folge machen. Ja, das ist... Aber wir haben heute leider noch eine kleine kurze Aufnahme. Genau, wir haben zwei Folgen. Also die Folge, die ihr jetzt habt. Wir können auch hier in die Kiste drüben sein. Muss ein Haushalt machen. Machen wir hier erst mal rein. Ja. Müll dich da rein. Ja, leider keine, ähm, kein, kein richtiges Gebäude. Also hier wie so ein Poppenpil, Shotgun, Messiah oder so. Quatsch. Holz brauche ich. Aber die Straße geht ja weiter und, ähm, wir haben eine Werkbank. Das heißt, wir können uns, wenn wir Grease Monkey haben... Fahrräder machen. Das wäre richtig gut. Okay, ja genau. Dann können wir schön durch die Gegend fahren. Das ist ja nicht. So, du kannst... Brauche ich meine Pistole hin? Habe ich die Pistole? Hatte ich überhaupt... Ah, das war... Ich habe noch keine gefunden. Ich habe nur den Moon dafür gefunden. Iron Arrow. Hm. Weg, 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 weg. Ziemlich viel Schrott in der Tasche, aber... Ich nicht. Ich habe immer Ordnung. Nein, 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 das ist alles toll. Schön. Benzin, Forge-Stil, wir haben schon Motor. Das war das Beste, wir haben das hier. Ups. Ups, da hat sich was gewonnen, weil wir die Patronen manchmal haben. Der Schuss hat sich von alleine gelöst. Die müssen wir dann auf jeden Fall hier noch rausholen, die Munition und den ganzen Kram, den wir jetzt hier erstmal hingelegt haben. Willst du deinen Schlafsack noch kurz reinlegen? Nur aus Sicherheitsgründen. Oh, was soll passieren? Wenn wir uns drinnen überrennen, dann... Oh, guck mal, das geht. Was? Guck mal. Ach. Oh, oh. Ah, das ist ja geil. Können das die Viecher auch? Ups. Aber runter ist interessant. Ähm. Keine Stamina mehr. Beinbruchgefahr. Ja, ja. Ja, müssen wir eventuell noch entfernen. Wollten wir definitiv weg. Ah, 1000 ist noch nicht drin. Ja, ja. Machen wir dann. Cool. Na gut. Würde ich sagen. Ja, gucken wir, ob wir hier irgendwie was gerissen kriegen. Dump in Lung. Ja. Mal Fotos mal machen. Ja, schön. Bis zur nächsten Folge. Genau, dann looten wir weiter und leveln weiter. Und machen uns vielleicht sogar ein Fahrrad. Hashtag Fahrrad, würde ich sagen, oder? Nee, Hashtag Fahrrad ist zu früh, oder? Ja, ist zu früh. Machen wir Hashtag Kohleminen. Kohlemine. 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 Hashtag Kohlemine. Und bis demnächst. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.